den content dorthin aber ich bin auch das meiste mal hier okay hier hat launische stein golem das sind die die blau sind die sind gut und die kleinen konnte ich auch töten damit die erfahrung bekommst die sind für mich einfach die brauchst du zu tun aber weißt du dass sie genug dass die genug erfahren geben die auch so auf der jetzt kommt neben dir auch eine so lange sie mich nichts dann ist es einfach ja ich will schon in 23 folgen haben wollen wir dann 23 folgen nur erfüllen oder jetzt noch was anderes machen ja ich weiß jetzt nicht also kreisten jetzt nicht so gut ja jetzt muss ich andere quests machen die gelben stein golem für dich gelb ja dann kloppt doch mit aber die anderen gerade nicht da sind kloppen wir halt einfach so lange dass wir zusammenziehen und später machen wir dann weiß kann wo also den gegner kloppen ich habe ein hut des krämer kräuter kenners für welches level denn 30 30 willst mir geben kann es mir geben danke so ziehe ich mir auch in den zweiten slot so dann geh mal auf alle drauf kannst du alles niedermetzeln brauchst du keine sorge für meine autos zu haben ja dann bäschi sind schon op ich gebe dir alles was du willst es geht irgendwie drei viermal so schnell das finde ich so cool ja das ist echt ein lange ausruhen das stört mich schon immer ja das ist auch das ist auch blöd wenn man aufnimmt dann muss ich einfach nur wie man sich aus tut ja dann muss ich noch schneiden oder sonst irgendwas verhebsten wir neu starten vor allem weil ich den letzten hintersten ding ja den aufnahmeknopfen alle beim meisten games sind alle buttons besetzt und wenn man dann die auf den aufnahmeknopfen drauf hat hat man irgendwie ein großes fenster im blickfeld wenn man aufnimmt es war zum beispiel bei bei mount blade warbenz da kam ein großes analyse fenster auf es war nicht gerade gut mit f12 oder f11 glaube ich ja ich habe eine ragnars gepanzerte der handschuhe gefunden rüstung 120 minus eins und treffe chance plus sechs verbrecherung das ist sich also gleich viel boni aber da hat es noch treffe chance dabei für die das noch nicht gesehen habe in den letzten folgen ich habe hier noch ein episches item gefunden wo ist es die habe ich ja jetzt ausgetauscht da party da habe ich ja jetzt ausgetauscht aber ich denke ich werde die ragnars die haben widerstand widerstand treffe chance ja sie ist nicht genauso so gut wenn es irgendwie der menschen machen würde drauf sein dann würde ich es nehmen jetzt noch aber so ist doch ich sind aber schon gut eigentlich vorsicht aus zwei ja dann greift nicht an der hat dann nur gechillt ja da der wurde blockiert vom anderen wenn man dann später gegen die trolle kämpft die ganz grossen dann blockieren sie die ganze zeit ach das wird noch lustig und dann vor allem den instanzen oh gott ja geht aber schon schneller eigentlich ja also die golems sind jetzt richtig bröckelig framweg er auch weil ich ja jetzt den skill habe also den waffen schaden bonus passiven da mache ich jetzt mehr der mensch am besten machst du noch mal gleich alles gilt sein die du hast also ja ich habe eben nur jetzt momentan ich kann nichts weiteres nämlich aber nicht nur beim stream weil es ist einfach ergreift einfach doppelt so schnell an ohne so richtig unterstützungskills da irgendwie bei uns muss man auch nichts dann die machen so wenig damage der rechts von diesen dann auch wieder welche ja genau was rechts von diesen welche ja meine schwester so was hast du gesehen ja die sind jetzt noch auf ja das bunt direkt einer hinterher ja 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 Es steht immer, du wirkst, dabei wirkst du die Heilung. Lol. Ok, jetzt habe ich schon anderthalb grosse Striche. Ok. Ich habe fast halb voll. Ok. Also ich hatte vorher nichts und jetzt habe ich fast halb voll. Dann tust du am besten bis morgen Abend mit den Beschwörungen ein bisschen leveln oder Quests mal. Ja, ich mache ja wieder die Nacht durch, denke ich mal. Ah, gut. Und deswegen mal gucken, ob ich das will. Kannst du sonst auch bei den sehr leichten Gegnern ein paar Items suchen, ok? Ja, mache ich. Und ich habe einen Mob, einen Aggro. Hä? Ich habe einen Aggro-Mob. Ok, jetzt muss ich die Aufnahme wenden, ich töte den noch kurz. Ich muss kurz aushelfen, bis gleich. Ok, bis gleich. Ok. So, wieder zurück. Ich muss kurz aushelfen. Ok. 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 Ah, Wölfen, F-Nach. Oh, schick. Krippen dir gleich. Ja, kannst du machen. Ich will nicht, dass die Buffs weggehen. Ja, ich geb dir alles. Ich brauch nichts zum Verkauf. Die Buffs sind schon ein bisschen wertvoll. Ich muss sie äusser dann reparieren. Momentan ist sie noch bei 18, aber es wird dann schnell niedriger. Okay. Ähm, da hinten. Du bist überlastet. Oh Gott. Wir müssen gleich nach Reihe rieren. Wir sind ja schon fast bei der Reihe. Mach noch die Map, dann gehen wir nach Reihe. Ja. Ah, jetzt bin ich wieder schwach. Nur noch 160. Ah, Berserkran machen. So. Ja, genau, da das Doppelte. Mit Berserkran einfach mal das Doppelte. Guck mal, ich bin viel schneller als du. Ja, toll, weisst du. Überlastet Gott. Mal gucken, ob ich im Laufen auch schneller bin als du. Okay, leider nicht. Ja, ich schlaufe einfach mal. So, jetzt fertig da. Komm, wir machen Wettrennen. Okay, wir machen Wettrennen. Ich zum Pferd. Nein, nein. Ich glaube, auf dem Pferd ist es gleich, oder? Oder? Ja, es ist gleich. Bleib stimmt, bleib stimmt. Okay, wer zuerst bei der Brücke ist, okay? Bei der Brücke ist, okay? Auf drei geht's los. Okay, auf drei. Eins. Oh, warte kurz. Jetzt. Eins. Zwei. Drei. Ja, du bist schneller wegen der Überlastung. Es geht doch auch auf dem Pferd. Oh Gott. Okay, jetzt kriege ich 200 Millionen Golfen. Ja. Eine fette Fresse in die Faust. Oh. Eine fette Fresse in die Haare Faust. Okay, gut. Sondern eine fette Faust in die Fresse. Mein Vater dreht immer so gerne Sätze um. So, alles verkaufen. Aber den Stab, den brauchst du. Fert mal ganz kurz. Ich glaube, ich werde gerufen. Warte mal. Mhm. So, alles verkaufen. Bisschen mühsam. Ah, Honig nicht. So, ich bin wieder da. Ich vergrabe das. Ich habe so extrem viele Käferdinge gehabt. Ähm. Ich weiss jetzt nicht genau welche. Ah, Käferbeine. 89 Käferbeine habe ich dabei gehabt. Hm. Ja. Ich bin wieder da, ne? Mhm. Das hört man gut. Ich bin jetzt, habe ich jetzt hier lecker essen. So. So. Ähm. So. Nein. Nur so. 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 Das sollte eigentlich jetzt Handes anfangen. So. 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 Inному Story sogar noch besser. 123. 128. Nein. Ich lasse es jetzt. Sonst habe ich bald wieder Geld zu halten. Mhm. Ja spätesten, die barbaren Waffen extrem teuer ist er das. Er kostet eine Baba und 2 Millionen. Wir haben hier noch Hammer. Der Baba, also der Krieger hat sehr gute Köln-Skiss-Stunts und so. Und Rüstungsdurchbrechen, das ist sehr wichtig gegen Paladine. Also ein zweites... Ja. Ich mag gegen Paladin, das ist der Name besser. Okay, der hat ja nichts besseres. Ja. Ist Teil der Reihe. Da müsste man schon bald wahrscheinlich zum Herbind gehen. Ich werde so oft im Org-Lager trainieren und items suchen für den Clan. Wahrscheinlich gehe ich dann auch zu den anderen Org-Lager. Wahrscheinlich. Aber das wahrscheinlich am Morgen, wenn nicht zu viel Unsinn. Sonst kommen alle... Oh, da ist ja ein Babar, ein starker Babar. Komm, ich sag den anderen Clan-Mitgliedern, töten wir mal den. Ist ja nicht so, dass er sich dann nervt, oder? Ich habe einfach ein paar Mal getrollt. Ich bin einfach zu anderen... Von André in Reich gegangen, habe sie einmal angeschlagen und bin dann wieder abgehauen. Vor allem die, die AFK waren, also die, die alles geruht haben. Einfach mal kurz kloppen, damit sie aufstehen und dann abhauen. Du bist ein bisschen links noch. Okay. So. Oh, ich habe nicht repariert. Oh Gott. Du hast mein Segen. Ich bin gesegnet. 614 Schaden. Wow, ein Golem-Fels. Ein Amethyst. Ich habe davon tausend Stück. Sind die auch von Reich Quest, oder? Ich glaube schon. Oh, das ist kein Gestern, schade. Ich glaube, später droppen die Gegner auch noch Amethyst und sicherte auch immer viel. Boah, war das... das war sicher 4-5 Jahre her, seitdem ich das letzte Mal so richtig geistgebig gespielt habe. Also Level 60 war. Ja. Ich glaube, da war es noch sehr neu und ich hatte so viel gelevelt. Ich war einer der ersten, der Level 60 war. Wow. Schade, dass ich dort noch nicht aufnehmen konnte. Da hatte ich eine mega schlechte PC. Da hat Fraps extrem gelegt. Nur Fraps. Okay. Okay, irgendwie geht die Reparaturanzeige nicht runter. Nehmen wir noch 18. Okay. Da war der Barbazeruse extrem OP. Also, da hat er 4000 der Critz gemacht. Oha. Da gab es noch keine 2 Waffen oder so. Da hat man 2 Handhemmer. Ja. Da hatte man 2 Handhemmer, die waren extrem OP. Und eben wegen der Rüstungsdurchdringung, das war früher so extrem OP. Okay. Das ist eigentlich fast in jedem Spiel OP, wenn man Rüstungsdurchdringung hat. So was hattet ihr da, ne? Du bin Partyjet. Ohja. Ohja. Aber sehr langsam. Aber so sehr langsam ist es auch nicht. Ich hatte eigentlich für ihn immer mit sehr langsam gelabelt. Also so langsam ist es auch nicht ganz. Es ist ihm sehr langsam nicht würdig. Wenn du den Blutdöst dich noch anmachst, dann ist es eigentlich schon ein bisschen schneller. Mhm. Genau. Genau. Wegen der Blutdöst haben wir noch gelabelt. Ich hoffe der greift jetzt nicht an. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Oh. Haben nicht auf die Uhr geschaut, wenn wir angefangen haben. Ich glaube wir haben um 19.10 Uhr angefangen, oder? Dann nehmen wir jetzt schon 1 Stunde auf. Okay. Okay. Das sind zwei Folgen. Ja 1 Stunde. Das sind zwei Folgen jetzt. Okay. Okay. Machst du die Parts immer eine halbe Stunde? Ja, also ziemlich. Manchmal weniger. Es kommt davon wie Fraps die Videos Ding, Farbe, also kreiert. Also wie viel Gigabyte RAM die haben. Ich will nicht zu viel Gigabyte RAM auf einmal haben, weißt du? Mhm. Weil ich gesamt, also ich mach das Flaps gesamte Videos machen und nicht einzelne Teile. Und dann muss ich die zuerst schneiden und so weiter. Okay. Und die sind meistens ungefähr 140 Gigabyte gross. Hahaha. Überzeug immer nicht. Ja, ich nehme auf 1920 auf 1080 und Full HD auf. Das ist ein grosser Unterschied. Fast jeder Let's Player nimmt irgendwie auf 720p auf und macht es dann grösser auf 1080p. oder? Und ich mache schon auf, auf, ähm, was ist nach Full HD? Mega HD oder so? Full HD, also Full HD plus glaube ich. Full HD ist 1080p und Full HD ist 1080p. Full HD nehme ich auf, also könnt ihr es abspielen. Also ich nehme auf Ultra HD auf, also noch höher. Okay. Also ich nehme, ich... Ich mache mir auch immer nur 1080p. Mhm. Das reicht, dass er... Es gibt noch Original bei YouTube. Und es gibt glaube ich noch, ähm, 1056 HD. Und ich glaube mehr gibt es nur per Anfrage von YouTube. Also an YouTube. Ja, das kann gut sein. Also ich habe schon mal Videos gesehen, die hatten für 2000p. Ich habe schon mal ein Video gesehen, das war 1440p. Ja, das gibt es glaube ich auch. Und ich habe schon ein Video gesehen, die haben 144p gehabt. Oh, das kannst du nicht anschauen auf einem Full HD Monitor. Kannst du das nicht mehr anschauen. Das sieht so zerstückelt aus. Das sieht wie ein Mosaik aus. Ich weiss, das ist schlimm. So, haben wir jetzt... Wir haben 13 von 96 Hardpaket, okay. Ich bekomme alles Edelsterne von den Golems. Ja, ich auch. Die ganze Patch. Jetzt habe ich einen Stern und Saphir noch bekommen. Aber schade, dass die nichts wert sind, wenn man wenigstens irgendwas kräften könnte. Oder so. So Stern und Saphir, Stab oder so etwas kräften. Ich bin so extrem Diablo 3 raus gewöhnt, dass man alles kräften kann. Und so. Ja, jetzt habe ich auch mal... Ich habe auch mal Diablo gespielt. Aber nicht so lange. Ich bin gerade momentan ein Minecraft-RPG spielen. Da gibt es einen Server, da kannst du leveln und so. Da bekommst du bessere Miner-Skills oder bessere Sprung-Skills. Da bekommst du weniger Fall-Damage und du kannst höher springen und so. Also so Skyim-like oder Runescape-like. Ist richtig genial. Wahrscheinlich werde ich den Server ein bisschen let's playen, aber noch nicht jetzt. Ja, ich muss auch mal gucken, ob ich mir noch Minecraft hole. Schau. Ah, und Kriegsdägen. Cool. Hier warte, schau. Warte. Ich habe nicht genug Mana. Gib mir mal bitte Mana. Junge. Er liegt hier bei Baren Speer. Oh, Mann. Kann ich noch nicht trauen. Hab Speer ist nachrichtig. Gut. Ich gebe dir das, wenn du Level 60 bist. Ne, 45. Erst ab Level 45. Ach du, das ist Level 45, ja. Gebe ich dir dann. Okay, danke. Wenn du es schaffst, bis morgen kannst du ja auch Level 32 oder 33 werden, weil du Level ist ja weniger. Dann können wir uns das mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein anderes Reich muss. Aha. Sonst kann ich hier sicher auch irgendwie noch bisschen Leveln. Ja. Wenn ich hier zum Beispiel bei sehr leicht denke, dann kann ich eigentlich Items sammeln und du Levelst dann. Weil ich weiss nicht, ob die dir überhaupt noch genug erfahren, also schon genug erfahren geben. Du bist jetzt immer noch Level 27 und ich bin schon fast halb 32. Du machst halt richtig viel Damage. Ich krieg meistens. Ja, eben. Das kommt auch darauf an, wie viel du vom Monster auch besiegst und wie viel du buffst. Also später, wenn du mehr Ding hast, würde ich ein paar mehr Buffs mir geben, weil dann bekommst du sehr viele von. Das mache ich. Das mache ich. Aber eben diesen ersten Mitte Schildbaum, also da würde ich jetzt noch nicht drauf sparen. Erst ab Level 36 habe ich es eigentlich gemacht. So. Ich muss, glaube ich, die reparieren. Zehn. Okay. Nein, noch nicht. Ich hoffe, die werden nicht schwächer. Ja. Du lagst gerade. Ich verstehe dich nicht. Red nochmal. Ja, eben. Ich bin der besser auf Timespeak 3 und ich auch. Da geht es bei ihm besser. Denkst du, schaffst du noch Level 32? Nein, das geht zu lange. Für heute, aber morgen. Morgen, dann schaffe ich es locker. Und da können wir ja schon am Morgen oder Nachmittag trainieren. Ja. Pass auf. Fraternity. Ah, muss der? Ah, jetzt kommt einer, der noch mithelfen will. Solche Leute hasse ich, die einfach sich ermischen, ohne zu fragen. Lass, bitte. Nein. Ah, du. Du hast es geschrieben. Okay. Danke. Wollte ich auch gleich schreiben. Ich schaffe manchmal in den Clan-Shit. Ich glaube, die schreiben gerade nichts. Ja, ich schreibe manchmal doch. Die schreiben richtig viel. Aha. Also, die schreiben nichts über den Clan. Also, wenn die das wollen, weißt du, damit du reagieren kannst. Ach. Jetzt geht der immer noch mit drauf. Schau, das Schwert, das ist ein Zweihandschwert bei ihm. Hahaha. Ich finde die kleinen Echse. Vor allem der Gockel. Der ist bei meiner Monika extrem gross. Und bei einem so ein kleiner Zwuckel ist der ganz klein wie ein kleines Hühnchen. Ich habe jetzt geschrieben, kannst du bitte die Monster von ihm lassen? Ja, der will halt auch Erfahrung haben. Die Clown immer erfangen. Die sollen sie vergraben. Ja, die sollen selber killen. Ja, ich hoffe. Aber wir sollen fragen, ob sie auch in die Party kommen. Aber wir wollen ja alleine sein. Wir warten wir nicht in die Party. Ich hoffe, die fragt. Gell. Ja, das ist ein Zweihalb. Ups. Ich würde sie aber trotzdem wiederbeleben. Nein, Spaß für dich nicht. Hahaha. Ich würde wahrscheinlich noch, wenn sie auf dem Boot liegt, klatschen. Hahaha. Am besten lachst du sie noch aus mit den Emotionen. Jaja, deswegen. Ich wollte ja noch so klein klatschen und mich so verbeugen. So zeigen. Hahaha. Zeigen. Hahaha. Oh Gott. Okay. Aber hier ist gerade der Geist. Wir gehen zum Hinteren. Oh, pass auf, pass auf. Ja, ich hoffe, der Geist greift die an. Oh ja. Ich glaube, die ist französisch. Oh Gott. Da kommt extrem viel. Ich glaube, französische, äh, der Serbe französisch ist noch, ähm, unbeliebter als der Deutsche. Okay. Ich glaube, die haben fast keine, die kommen alle nach Deutschland. Da sind auf den Valhalla-Serbe. Weil im Green Hell Clan sind schon mehrere Franzosen und bei anderen Clans auch. So, endlich mal ein bisschen stärken. Ich hoffe, die geht drauf, Alter. Komm, lass mal gucken, ob die drauf geht. Ja, ich schau immer wieder ein bisschen. Ähm, die hat fast keine Dinge mehr. Schon gewinn.